Ja, hallo, ich bin Sven Plate, ich bin Synchronsprecher und Synchron-Regisseur, Dialogbuchautor, hauptsächlich bekannt, wenn überhaupt, durch Bugs Bunny und Wesley Crusher in Star Trek, der ja mittlerweile auch bei Big Bang Theory auftaucht. Na ja, also ich weiß ja nicht. Na, der sieht ja richtig goldig aus. Und so lecker. Wie bist du zum Synchron gekommen? Also ich bin eigentlich durch meine Schwester zum Synchron gekommen, die ist ja auch Schauspielerin. Und die war damals in der Klasse von Oliver Rohrbeck. Und unter anderem dann auch Ulrike Stürzbecher war noch in der Klasse oder Andreas Fröhlich, waren also mehrere, die Oliver Rohrbeck dann über seine Mutter Annelie ins Filmgeschäft gebracht hat. Und irgendwann bin ich dann mal ins Telefon gegangen, als die Mutter von Oliver einen Auftrag für meine Schwester hatte. Da meinte sie, ach, ja, du kannst ja auch mal was machen. Und dann habe ich Theater gespielt mit Georg Thomalla am Theater am Kurfürstendamm 1978, also auch schon ein bisschen her. Und da spielte die männliche Hauptrolle Lutz Riedl. Und der meinte irgendwann zu mir, na ja, du könntest doch mal Synchron machen. Und dann bin ich damals zur Arena gefahren. Der hatte mir dann den Kontakt organisiert. Und ja, bei der Arena gab es nicht so viele Kinder damals. Und die haben dann gesagt, na gut, dann machen wir es mal. Und so ging es dann immer weiter. Das war relativ schnell eigentlich, war ich bei einem Film, den ich damals gar nicht so kannte, mit Dustin Hoffmann. Als Kind war ich da nicht so bewandert. Und das war dann Kramer gegen Kramer, wo ich dann den Sohn gesprochen hatte. Und danach hatte ich dann auch noch zwei Romy-Schneider-Filme, kurz danach, die auch noch so in der ersten Zeit waren. Wie wurdest du zur Stimme von Bugs Bunny? Das war nicht schwierig, weil ich war eigentlich Plucky Duck bei Tiny Toons. Und der hat ja so mal so, was denn da? Ich kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Also irgendwie so ein bisschen anders gesprochen. Und dann gab es damals noch Frau Leira, die mittlerweile verstorben ist. Das war von Warner, die Supervisorin. Und die meinte irgendwann zu mir, weil die gerade gecastet hatten für Bugs Bunny, weil der alte Sprecher gestorben war. Ja, Gerd Vespermann war das damals. Ob ich nicht auch mal Bugs Bunny versuchen würde. Das habe ich dann auch gemacht. Es war dann allerdings sehr schwierig, weil meine Stimme da noch nicht ganz so drauf war, wie sie es wollten. Ich musste dann auch erst 100 Ticks sprechen. Und dann meinten sie, so, jetzt haben wir die Stimme, jetzt kann sie gleich nochmal von vorne anfangen. Und ich meinte schon, nee, lassen sie es lieber, wenn es irgendwie nicht so drauf passt. Und dann haben wir es aber trotzdem gemacht und irgendwie ging es dann. Und dann mit Space Jam kam er da, wie gesagt, dann gleich. Und da ist es dann auch dabei geblieben. Wie war es, in die Fußstapfen von Gerd Vespermann zu treten? Naja, das Problem ist ja, dass diese alten Folgen ja genial waren. Das war ja allein schon durch die ganzen Ausdrücke, die dann ja auch so nicht so gewollt waren, wie zum Beispiel meiner einer oder sowas. Als ich das dann übernommen habe, wurde dann gesagt, sie wollten sowieso jetzt jemand anders, der ein bisschen jünger ist, damit das halt eine Weile sprechen kann. Und sie wollten ihn nicht mehr so süß haben. Der war ja so, oh mein Gott, er war ja gar nicht so. Das wollten sie ein bisschen weg haben, der sollte wieder normaler klingen. Und sie wollten jemanden haben, der das halt 20, 30 Jahre machen kann. Und ja, das habe ich ja jetzt auch dann seit 20 Jahren, wenn ich die Stimme. Und mal ist es weniger, mal ist es mehr. Es war auch eine Zeit lang, da war gar nichts. Jetzt ist es gerade wieder mehr. Ja, also die Woche haben wir gerade wieder jetzt Bugs Bunny gemacht, Looney Tons. Und es geht auch noch weiter jetzt. Also es sind wieder 26 Folgen. Mir wurde gesagt, im Dezember oder so sind es nochmal 26 Folgen. Du bist auch die Stimme von Wesley Crusher in Star Trek Das nächste Jahrtausend. Wie waren die Aufnahmen zur Serie? Also es war eigentlich komisch. Ich hatte damals bei Herrn Erdmann, der damals Regie gemacht hatte, einen Film gesprochen. Und dann kam er auf mich zu und meinte, ja, ich mache jetzt auch irgend so eine Serie. Da kommt einer vor, den könntest du sprechen. Ich so, ja, ja, okay. Und dann hatte ich meinen ersten Termin und hatte dann, damals wurde er noch zusammen aufgenommen und stand daneben halt Captain Picard, dem Sprecher von, also Rolf Schult damals, den ich gar nicht kannte. Und dann habe ich halt irgendwie mit ihm gesprochen, hatte den ersten Teg und hörte nur die Stimme und guckte dann so rüber und dachte so, huch, das ist ja irgendwie so eine ganz bekannte Stimme. Das war natürlich toll. Man hat ja früher, wie gesagt, noch mit den tollsten Sprechern zusammengesprochen, wo man auch dann gelernt hat irgendwie und sich auch ganz anders konzentriert hat teilweise. Das war schon toll irgendwie. Also es gab dann zwar so innere Querelen, weil es auch relativ kurz nach der Maueröffnung war. Da waren Sprecher, die sich noch aus dem Osten kannten, die da nicht zusammensprechen wollten, weil die damals Probleme hatten. Aber insgesamt war das eine tolle Produktion, fand ich. Also das war schon super. Von welchen Kollegen hast du besonders viel gelernt? Na, früher habe ich eigentlich schon von ganz vielen gelernt. Also wenn man mit vielen verschiedenen Sprechern zusammen war, hat man halt von dem einen das eine abgenommen, von dem anderen das andere. Also als Mensch hat mich am meisten eigentlich so Benjamin Völz interessiert. Mit dem hatte ich damals relativ viel so zu tun, weil ich auch eine Serie über ihm gesprochen hatte. Und der hat mich als Mensch irgendwie fasziniert, weil der so wahnsinnig viele verschiedene Sachen gemacht hat. Und der hat gemalt und Musik gemacht und gesprochen und alles halt super. Also der hat mich schon beeinflusst. Von den Sprechern jetzt würde ich sagen, kann ich jetzt nicht genau einen sagen, der jetzt daraus gestochen ist. Neben Zeichentrickrollen wirst du oft auf eher junge, nerdige Figuren besetzt. Fluch oder Segen? Ach, ich habe es eigentlich gerne gemacht. Ich hatte ja früher von Saved by the Bell, wer sich noch daran erinnern kann, wo ich diesen Screech gesprochen habe über Wesley Crusher oder so. Wo dann hier diesen, bei die Drachenjäger auch dieser etwas freakige Tipp da, ich will da vergessen, wie der heißt. Aber ja, das ist halt so. Meine Stimme ist halt nicht die eines Liebhabers. Da mache ich mir auch keine Illusionen. Muss ich halt sprechen, was kommt. Da ich ja sowieso mehr in die Regie gegangen bin in den letzten Jahren, ist das Sprechen sowieso ein bisschen weniger geworden. Und ich, wenn ich es mache, mache ich es gerne und es passt ja auch zu mir. Also ich meine, ich könnte jetzt auch keinen Ritter der, was weiß ich, Tafelrunde sprechen oder so. Du arbeitest auch viel als Synchronregisseur und Dialogbuchautor. Wie läuft so eine typische Produktion? Also ich habe sehr, sehr gerne gemacht ein paar Serien. Zum Beispiel Kingdom war jetzt so eine Serie, die kaum jemand gesehen hat wahrscheinlich. Aber war so eine MMA, so eine Kampfsportserie, die ich also fantastisch fand. Oder jetzt auch für Netflix habe ich Ed Chapeau gemacht. Das fand ich auch total interessant. Viel Spaß gemacht. Aber ich mache auch sehr, sehr viele Kindersachen. Ich mache ja Scooby-Doo seit ungefähr zehn Jahren, eigentlich alle Staffeln. Und ja, auch so schräge Zeichentrickserien, damals wie Regular Show, Adventure Time. Habe ich ja auch ein paar Jahre Regie gemacht. Das fand ich auch toll. Und ich mache gerne Spiele. Ich habe ja Arkham Asylum gemacht damals, Batman. Oder jetzt Zelda, das erste, das neue, jetzt das letzte. Wie unterscheidet sich Games Synchro von anderen Produktionen? Eigentlich gar nicht so viel. Man hat zum großen Teil den gleichen Sprecherpool, bis auf ein paar Feststimmen, die vielleicht irgendwie von woanders kommen. Aber es macht mir sehr viel Spaß. Ich kann mich halt auch mehr auf die Stimme konzentrieren. Meistens drehen wir ja ohne Bild. Also es gibt natürlich Spiele mit Bild, aber es sind bei den meisten Spielen, die mehrzeit der Szenen sind ohne Bild. Da kann man sich halt wirklich nur auf die Sprache konzentrieren. Und also ich mag das eigentlich sehr gerne. Ich habe eigentlich relativ wenig mit Spielen zu tun, weil ich selbst nicht spiele. Aber ich weiß nicht. Ich finde, da kann man sich ganz gut reinfummeln. Auch damals Dragon Age hatte ich ja auch gemacht. Das zweite. Und das sind halt riesige Spiele. Die gehen halt über Monate. Und das ist halt wirklich so richtige Universen mit tausend verschiedenen Charakteren. Und wenn man da tolle Sprecher hat, dann macht das natürlich Spaß. Irgendwann wird es natürlich schwierig. Manche Spiele haben dann gar keine Vorlage mehr. Da fehlt dann auch das Original. Und da muss man dann halt irgendwie ins Nichts aufnehmen. Also da weißt du gar nicht mehr, wie die Stimme eigentlich richtig klingt. Mit dem Höhepunkt, dass in einem Spiel wir dann was aufgenommen haben. Und im Spiel stellte sich dann raus, es war eine Frau und wir hatten es mit einem Mann. Und wir hatten es mit einer Frau aufgenommen. Ging auch durch diese Backsucher durch anscheinend. Aber da können wir halt nichts für, wenn wir denn halt kein vernünftiges Material haben. Ist das halt so. Wie stehst du zum Thema Ixen? Naja, das ist ja jetzt mittlerweile die Realität. Ich habe ja damals, als ich Totally Spice hatte, so eine Mädchen-Konjektiv-Serie, haben wir immer noch mit allen dreien aufgenommen. Also mit Juliana Jakobait und Antje von der Ahr und Gundi Eberhardt. Und zu dritt ist schon für die Tonmeister, die gucken einen schon an, als ob man ein bisschen blöd ist, wenn man das macht. Aber ich bin es halt gewöhnt. Wir hatten ja früher mal eine Serie, dieses Saved by the Bell. Da waren wir zu sieben oder zu sechst jeden Tag im Studio. Björn Schaller, Simon Jäger, ich, Dascha Lehmann, Melanie Hinze und Nadja Reichardt. Und wir haben jeden Tag zu sechst vor dem stundenlang vor dem Mikrofon gestanden. Und es ging auch. Es war natürlich eine Katastrophe. Frank Schaaf hatte damals die Regie gemacht. Er hat sich die Karten gelegt, weil es so anstrengend war. Aber es waren halt einfach tolle Produktionen. War natürlich nicht so konzentriert. Irgendwo ging dann immer so eine Zeitungsseite viel so um oder sowas. Also hörte man immer, dass da irgendwie die wegknickte. Aber es war toll. Für uns war das natürlich fantastisch. Es hat viel mehr Spaß gemacht. Du schreibst auch viele Dialogbücher. Wie muss man sich diese Arbeit vorstellen? Ja, am Anfang war ich sehr synchron orientiert. Also habe ich total versucht, den Labiale zu treffen und so. Was sind die Labiale? Na, halt diese Schlusslaute, diese M, P, B. Die sieht man ja am meisten, wenn die Verschlusslaute, wenn die wirklich die Lippen sich schließen. Und irgendwann habe ich gemerkt, es war auch wichtig, aber es ist halt wichtiger, dass es halt umgangssprachlich ist, dass man nicht darauf achtet, irgendwie alles nach diesen Labialen auszurichten, sondern dass man versucht, vorne und hinten hauptsächlich, dass es stürmt und in der Mitte verschnappelt es sich halt so ein bisschen. Aber dass es halt Sprache ist, wie man es halt immer hört und nicht jetzt irgendwie was Abgehobenes oder was Unnatürliches, nur, weil man irgendwelche Buchstabenkombinationen treffen will. Was macht dir mehr Spaß? Trick- oder Realfilmsynchron? Ich dachte eigentlich Trick-Film, aber jetzt hatte ich zwei Serien, wie gesagt, dieses Kingdom zum Beispiel mit Dennis Schmidfoss und Ulrike Sturzbecher in der Hauptrolle, was halt fantastisch war für mich. Oder ja auch Ed Schabro jetzt mit Micha Pan und Wolfgang Wagner. Das war halt auch total toll. Hat mir beides sehr viel Spaß gemacht. Also mittlerweile würde ich sagen, eigentlich genauso. Eine Zeit lang hätte ich immer gesagt Zeichentrick, aber jetzt glaube ich beides. Wo liegen die Unterschiede zwischen Trick- und Realfilmsynchron? Ja, also es ist natürlich schon ein bisschen anspruchsvoller normalerweise, wenn du eine Realfilmproduktion machst. Allerdings gab es auch tolle Zeichentricks. Ja, wie gesagt, Adventure Time oder Regular Show waren super Serien und die Sprecher waren auch toll. Es geht halt auch total schnell. Die wissen dann, was sie machen müssen. Da ist man dann bei Folge 180 oder sowas. Da wissen die schon selbst ganz genau, was los ist. Also ich mache jetzt eigentlich beides gerne und die Unterschiede sind auch gar nicht so groß, würde ich sagen. Also wenn die Sprecher gut sind und die Bücher ganz gut sind, dann geht es beides so durch. Also gutes Team ist eigentlich alles. Wie ist das Verhältnis zu deiner Schwester Christina Plate? Steht ihr als Schauspielgeschwister in Konkurrenz? Naja, meine Schwester macht ja relativ wenig. Die hat ja jetzt geheiratet. Oliver Geissen, wie gesagt, hat ja auch ein Kind jetzt mit ihm. Ja, wir haben eigentlich relativ, so da ganz lockeres Verhältnis. Sie dreht eigentlich weniger, weil sie jetzt zwei Kinder auch hat. Und Synchron hatte sie ja sowieso nicht so viel gemacht. Sie hatte mal in der Cosmic Show eine Zeit lang, aber es ist schon lange her. Und sonst hat sie ja nur gedreht. Und da ich jetzt lange, seit langem nicht mehr drehe, machen wir da gar keine großen Berührungspunkte. Aber wir verstehen uns gut. Sie wohnt ja in Hamburg jetzt, wie gesagt. Ich wohne in Berlin. Wir sehen uns auch nicht so oft, aber wir verstehen uns sehr gut und jeder macht halt sein Ding. Das finde ich okay. Leidest du mit deinen Rollen mit? Naja, man muss sich ja schon in die Rollen reinversetzen. Deshalb macht man es schon. Also wenn man weinen muss zum Beispiel, versucht man sich ja schon so ein bisschen in die Stimmung zu bringen. Aber ja, ich würde sagen, es geht. Also ich bin jetzt da nicht so, dass ich da so, was ist denn jetzt da passiert? Er heiratet sie. Nö, eigentlich sind jetzt dieses Jahr 40 Jahre. Da ist man irgendwann, da hat man alles mehr oder weniger gesehen, jede Katastrophe erlebt. Gibt natürlich noch so Produktionen, die toll sind und die einen total irgendwie mitnehmen. Aber das meiste ist ja auch jetzt nicht fantastisch, was mittlerweile gemacht wird. Und ich weiß nicht. Also ich bin da relativ, glaube ich, gesettelt. Ein bisheriger Höhepunkt deiner Karriere? Naja, Karriere, was heißt das? Also meine Arbeit. Höhepunkt deiner Arbeit? Ja, das habe ich gerne gemacht. Ist eigentlich schwer zu sagen. Eigentlich habe ich die meisten Sachen irgendwie gerne gemacht. Ich habe jetzt auch gar nicht so eine Sache, wo ich sagen würde, ist jetzt das Beste. Wo einen die meisten Leute darauf ansprechen, sind vielleicht wirklich Bugs Bunny, Wesley Crusher. Und dann hatte ich mal eine Krimi-Serie gedreht, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Da wurde ich auch sehr oft, ich habe mir die auch nicht so angesehen, aber da wurde ich oft darauf angesprochen. Jesse hieß mein Charakter, aber wie die Krimi-Serie hieß, die war mit Dick Van Dyck. Ja, das waren so Sachen, wo ich immer darauf angesprochen bin. Ansonsten konnte ich gar nicht sagen. Also ich habe eigentlich alles gerne gemacht. Und wenn man mit netten Leuten was zusammen macht, ist eigentlich jede Produktion ganz witzig, finde ich. Wirst du oft an deiner Stimme erkannt? Also eigentlich glaube ich schon, weil meine Stimme relativ ungewöhnlich ist. Also wie gesagt, ich war aber mit Osan Ünal, als Eurosync noch in Schöneweide war, auch in der Synchronfirma, da aßen wir gerade unser Kebab und da kam so eine Frau auf und zu und meinte zu mir, nicht zu Osan, der eigentlich gerade mit Big Bang Theory mehr im Ohr war. Ja, ob ich nicht irgendwie Synchronsprecher wäre, das überlegt schon die ganze Zeit oder so. Und dann hat sich schließlich mit Osan und mir dann noch ein Foto gemacht. Und dann neulich war ich bei Saturn und wollte eigentlich nur so eine Telefonkarte kaufen. Da meinte der, also irgendwas, irgendwas. Und dann rief er noch seinen Kollegen durchs halbe Saturn, Achmed auch noch oder irgendwie Ali oder so hieß der dann. Komm mal her. Und der dann so, ja was ist denn, mach die Augen zu. Und dann hat er gesagt, ich sag mal was. Und dann habe ich irgendwas gesagt. Und dann meinte der, der Fiese oder der sich immer mit Scherven streitet aus Big Bang Theory oder so. Wo ich dann auch so sage, okay. Also, oder mich hat mein Transvestit bei Axel Springer im Archiv irgendwie mal angesprochen. Also es gibt irgendwie ganz ungewöhnliche Situationen, wo man dann immer so überlegt. Wobei meine Stimme vielleicht doch schon ein bisschen ins Ohr geht, weil es eigentlich eine ungewöhnliche Stimme ist. Bei anderen Leuten, die glaube ich eine etwas normalere Stimme haben, fällt es dann vielleicht nicht so auf. Aber passiert mir relativ oft in letzter Zeit, das heißt oft ein paar Mal im Jahr, aber immerhin. Also nicht so, dass es gar nicht passiert.